Die Botanischen Gärten- und Naturmuseen der Schweiz beherbergen über 60 Millionen naturkundliche Objekte. Hinter jedem steckt eine einzigartige Geschichte. Zum Teil so fantastisch, dass man sie kaum glauben kann. Entscheidet selber, ist die folgende Geschichte wahr oder frei erfunden? Ganz herzlich willkommen im Depot des Botanischen Museums der Universität Zürich. Ich habe Ihnen jetzt meine dritte Story. Sie sehen diese zwei wunderbaren Objekte in meiner Hand. Das sieht doch irgendwie aus wie Eichen. Aber wenn Sie das in meiner Hand anschauen, finde ich sie wahrscheinlich schon etwas zu gross für einen Eichen. Zumindest was den Schweizer Eichen anbetrifft. Es ist tatsächlich so, dass es eine tropische Eiche ist. Die Pflanze, das Material stammt aus Java. Das ist vor vielen Jahren einmal im Botanischen Garten Bogor oder Brütensorg gesammelt worden. Sie befinden sich jetzt deutlich mehr als 100 Jahre bei uns im Depot. Eichen, was heisst das eigentlich? Man hat hier wirklich ein Becherchen. Und man hat einfach diese viel, viel flachere Summen hier. Aber eigentlich war es genau das Gleiche morphologisch gesehen. In den Tropen ist das alles, bei fast allen, bei jeder Pflanzen- und Tiergruppe viel diverser. Die Fruchtstämte sehen ein bisschen anders aus als unsere. Also von einer anderen Lithokarpusart habe ich jetzt das genommen, um Ihnen das zu zeigen. Die sind so wunderbar aneinandergepresst. Sie müssen sich das jetzt einfach vorstellen. Die Riesenfrucht hier angesetzt. Alles wäre ein paar Nummern grösser. Die Pflanzengruppe ist extrem divers auch in den asiatischen Tropen. Aber auch in Amerika gibt es viele andere Eichenarten, die wir kaum kennen. Gerade in den Bergen der asiatischen Tropen ist es verrückt. Und dort in den Bergen der asiatischen Tropen habe ich etwas Bemerkenswärts gefunden. Und da möchte ich Ihnen jetzt meine Frage stellen. Ist das möglich? Ist das wahr oder unwahr? Die Eichen gehören in die gleiche Familie wie unsere Eichen. Die Pilze, die darunter sind. Wenn Sie jetzt draussen pilzen gehen, achten Sie sich einmal. Hat es darunter Pilze? Tatsächlich hat es Pilze. Zum Beispiel unter den Eichen kann man den Sommerstein-Pilz finden. Ist das möglich, dass wir in den Tropen auch solche Pilze finden? Und wenn ja, können die knallrot oder knallgäl sein? Ist das möglich? Wahr oder unwahr? Rätselt mit und entdeckt weitere unglaubliche Geschichten auf fantasticstories.ch Und besucht uns doch bald wieder vor Ort.